Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen wieder mal zu einem sogenannten Camper Video, was ich natürlich erlebt habe in einer Lobby mit einem PSN-Point. Und zwar ist der Camper, oder der Name des Campers, heißt Furkov23. Das ist ein typischer Camper, wie er aus dem Bilderbuch steht, mit der Sniper bewaffnet, liegt hier am Boden und hat natürlich zwei Ziele im Blickfeld. Zum einen ist da Treebooty25 ein cooler PSN-Freund von mir und mit dem habe ich mich gezockt ein bisschen so und habe einfach gedacht, hey, ich mache mal einen Kinomodus. Und da ist mir aber der Camper aufgefallen beim Aufnehmen und jetzt schauen wir einfach mal an, wie sich das entwickelt. Klebe ab. Der Camper hat sich für mich entschieden, das war denke ich mal auch die gute Wahl, weil ich gerade hinten war und natürlich leichte Beute war für Furkov23 und man sieht, wie ich wegfliege. Der Camper steht natürlich jetzt auf, weil er denkt, oh, jetzt könnte ich nochmal Beute machen, aber da steht jemand anders und zwar Treebooty25. Er knallt ihn absolut präziser ab. Kann man das besser machen als dieser Typ? Treebooty25 ist absolut der beste PS3-Zocker der Welt. Also, merkt euch den Namen, Digga, weil dieser Name ist Programm. Da kann auch Alberto einpacken. Warum? Kleb ab. Noch Fragen? So, dieser gute PS3-Zocker, den folgen wir jetzt mal. Oh, wo ist er denn hin? Ja, da ist er hin. So, Treebooty25 läuft jetzt weiter mit seinen Teamkollegen. So, geht nach vorne, checkt erstmal die Lage, ob alles rein ist. So, Treppe nach oben, immer wichtig hier. Auch ein bisschen Sport muss sein. So, und da sehen wir doch schon die ersten Schüsse. Gucken wir mal, ob da drin alles sauber ist. Aha, da haben wir einen Feind. Das könnte natürlich schlecht ausgehen für Treebooty25. Es sei denn, es sei denn, er zerstört ihn jetzt und... Komm schon. Jawohl, und das ist auch die Killcam, die er am Ende gemacht hat. Das sieht man mal. Richtig gut geschossen. Schön ausgeschaltet. Warum? Kleb ab. Puff. Nice Sache, muss ich sagen. Nicht schlecht für Treebooty25, das hast du sehr gut gemacht. Und jetzt geht's eigentlich schon zur nächsten Runde. So, da oben sind wir. Mal gucken, wo die ganzen Leute sind. Ach, da hat man Live-Tech-Innen gesehen. So, da stehe ich hinten noch. Ich glaube, ich schreibe gerade eine SMS hier. Meine Ding ist gut. Also in dieser Zeit passiert folgendes. Da schreibe ich nämlich das hier. Gesendet. Ach was, geile Killcam. Genau, das habe ich geschrieben. Und jetzt geht's weiter. So, erstmal hier wieder hier warten. Und dann gucken wir nochmal, wo Treebooty25 ist. Da läuft er ja schon. Ich muss einfach sagen, das ist ein richtig guter Spieler. Besonders sind so eine Zerstörung. Und ich weiß, dass ein paar gute Spieler zugucken jetzt. Und die sollten sich auf jeden Fall seine Spielweise angucken, wie er das macht. Macht er sehr gut, muss ich sagen. Und da oben haben wir einen mit dem Schild. Ist klar, ein Camper. Mal gucken, ob Treebooty25 ihn ausschaltet. Wupp. Ups, ich bin nämlich auch schon tot auf der Map. So. Wo ist er? Wo ist er? Oh. Hat mich natürlich jetzt ein bisschen verlaufen hier. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal einen Camper. Und da haben wir schon ein 1 zu 1 erzielt. Herrlich. So, vorspulen. So, da bin ich nochmal. Komm, du musst mal anhalten. Ups. Viel zu schnell gemacht. Hab ich jetzt. Ach nee. Passt alles. Passt alles. Passt alles. Alles in Ordnung, Leute. So. Wir wollen hier nochmal gucken, wo Treebooty25 ist. Dazu muss ich erstmal die Map absuchen. Und da ist er ja schon. Und da gehen wir schon wieder weiter. Lass ab. Kleb ab. So. Guter Spieler. Läuft hier ganz. Ganz gezielt hier. Er weiß, was er tut. So. Ab, ab, ab. So. Ach ja, ja. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich war ja mitten im Spiel drin. Und das ist natürlich auch sehr interessant, weil jetzt laufe ich glaube ich irgendwo hin. Jetzt passiert nämlich was krass, was richtig cool ist. Und zwar ich hier. Ziel da. Auf den Typen da. Hab den aber nicht irgendwie getroffen. Aber dann kommt ein Schuss von oben von so einem richtigen Camper. Das ist auch wieder ein Camper. Und das ist Fukov, the biggest Camper, den ich bisher gesehen habe. Ihr könnt gerne Hassnachrichten an Fukov 23 schreiben. Und damit meine ich wirklich Hassnachrichten, weil das ist richtig scheiße. Guckt euch nur mal den Spaß an. So. Da haben wir Treeboody 25. Er hat den Camper natürlich schon entdeckt und nimmt ihn natürlich jetzt ins Ziel. Camper vs. ehrlicher Spieler. Hm, wie geht das aus? Oh scheiße. Oh scheiße, Treeboody 25. Da kam der Messercamper von hinten und hatte ich doch noch weggemessert. So, so war das Gameplay. Ich hoffe, das hat euch so gefallen. Wir können jetzt auch mal vorspulen bis zum Sieg. So, tak, 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 tak. Da passiert nicht mehr viel. Aber da hinten ist nochmal Treeboody 25. So. Und da fängt unser Clip nochmal an. Und da knallt er jetzt nochmal Fukov den Camper ab. Schöne Killcam, muss ich sagen. Da fliegt sogar noch das hier ein bisschen rum. So macht man das. So schaltet man Camper aus. Und somit sage ich eigentlich Tschau Leute. Das war das Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ups. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.